Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Oldenburger Landesbibliothek am Samstag, 225. Geburtstag. Gleichzeitig wurde das neue Lern- und Informationszentrum in dem Gebäude am Pferdemarkt vorgestellt, in dem sich die moderne Bibliothekslandschaft über drei Stockwerke erstreckt. Viele nutzten die Chance, sich die Werkstätten der Bibliothek und auch die Digitalisierungsprogramme anzuschauen.